Es gibt irgendetwas Spezielles daran internationaler Student hier zu sein und ich denke, irgendwie finden sich die internationalen Studenten hier an der Uni und wenn sie sich dann einmal gefunden haben, dann bleibt diese Verbindung dadurch, dass wir alle auf die eine oder andere Art von zu Hause weggehen, in ein neues Land kommen, eine neue Sprache lernen oder sprechen müssen, das ganze Uni-Erlebnis auf Englisch haben und das ganze verbindet dann irgendwie. Und wenn wir diese Verbindung dann einmal haben, dann ist das das Schöne daran, dass wir diesen ganz intensiven Austausch von verschiedenen Meinungen, von verschiedenen Leuten, von der ganzen Welt haben. Ich persönlich finde mich oft um 1 Uhr morgens, wenn ich eigentlich nur den Gang runterlaufen will und meine Zähne putzen, finde ich mich auf einmal in einer Diskussion mit drei anderen Leuten über Politik in Indien oder irgendwelche anderen Themen, die gerade auf der Welt geschehen. Und das Tolle daran ist, dass ich diesen Input von der ganzen Welt habe, dass ich diese Vielfalt von Meinungen habe und dass diesen nicht nur in dieser internationalen Gemeinschaft stattfindet, sondern dass sich das Ganze auch auf das gesamte Uni-Umfeld projiziert und dass mir das auch ermöglicht, hier an der Uni intellektuell zu wachsen und diesen Austausch von Meinungen auch in andere Diskussionen einzubringen und auch in das gesamte Umfeld hier an der Brown University. 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 5